Hey Leute was ihr da? Willkommen zu einem neuen Video und Leute heute gehe ich im Playstore und lade mir so Spiele runter und in dem nächsten Video spielen wir sie. Ja, wir gucken das mal an. So, ich mag dieses Spiel. Hm, sieht gut aus und fällt mir schon freut mich der Spiegel und laden mir es runter. So, jetzt gehen wir zurück. Und Abenteuer, Action, Aske. Was ist das? Laden wir uns runter. Jetzt gehen wir weiter und dann gucken wir Bildungen. Ne, ich bin nicht dran. Brettspiele. Gelegenheitsspiele. Monster. Monster. Trial. Gucken. Nein, sieht nicht so interessant aus. Und dann gehen wir weiter. Little Big Snack. Little Big Snack. Ähm. Oh nein, ist weg. Ja, hier. Ich gucke uns das mal an. Und so. Das nehmen wir. Und dann gehen wir weiter. Dann gehen wir mehr Spiele, mehr Spiele, weiter, weiter. Und, und, und Puzzelspiele. Nichts interessiert. Nichts interessiert. Und, 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 und. So. Ich glaube. So. Ich glaube. So, jetzt gehen wir weiter. Weiter. Ich gehe hier mal rein. Und Leute, merkt euch hier diese Spiele. Und wenn ihr wollt, könnt ihr sie auch runterladen, weil wir in diesem Video oder in dem nächsten, Hauptsache, wenn ihr es will, dann, dann spielt ich sie für euch und dann, wenn euch das Spiel gefällt, könnt ihr es einfach herunterladen. Und dann schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr Spiele habt, die sehr gute Spiele haben, gut sind und wenn ihr wollt, dass ihr mit denen Spiele habt, wenn ihr wollt, dass ihr mit den Spiele habt. Ja. Wie viele Spiele hatten wir? Ich glaube es drei oder vier. Ja. Dann. Gucken wir uns mal. Wer gar.. kein... Aber ich... sage, wann hab ich das denn? Ich weiß, dass dann wir wollen wenn ich... Ähm, äh, ein Ritter, Ritterspiel, Tonne hier unten, langsam, langsam, und, 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 das ist ja, äh, äh, Alle Ante aus Versehen, ich kriege auch einen Krebs. Battle, Ampel, Romische, Krieg, ja, und was will ich mit denen? Ne, ich mag nicht so, wenn man so Städte aufbaut und so. Äh, keine Ritter, kein Interesse. Oh, und, ja. Oh, Gott, was dies, ähm, dies, äh, ha, kaputt, nein, danke. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja, er noch ein wenigst. Oh, das ist ja, äh, das ist ja, äh, das ist ja. Oh, das ist ja, äh, das ist ja. Ja. Ich könnte es da noch. Nein. Anscheinend finden sie ja nichts mehr. Oh Leute, ich habe ja schon mal Broters Videos gemacht. Aber mein Account wurde gelöscht. Und ich war so verärgert, dass ich es gelöscht habe. An allem. Und ja, und ich habe keinen Bock mehr da zu spielen mehr. Fünf Broters. Okay. Ja, und Schatz finden wir nichts mehr. Aber ein letztes Spiel nehmen wir, oder? Dann gehen wir weiter, weiter, weiter. Also, ja, ich finde nichts mehr. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Und wir sehen uns nächstes Mal, wenn ich spiele. Aber das leute ich mir auch unter. Und ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Und... Und aktiviert die Glocke. Und ihr könnt dann in die Kommentare schreiben, was ich als nächstes spielen soll. Und ja, tschüss.